Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Viele alltägliche Waren kommen vom anderen Ende der Welt und sind bei uns dann trotzdem erschreckend billig. Das geht fast immer zulasten der Produzenten. Internationale Konzerne machen gigantische Gewinne, die Bauern bleiben arm. Eine Alternative? Waren und Produkte aus gerechtem Handeln. Wir haben uns fünf davon genauer angesehen. Kakao, Reis, Tee, Teppiche und Bananen. Das Angebot wird immer größer. Inzwischen gibt es 30.000 fair gehandelte Produkte. Und seitdem diese Waren auch im Supermarkt angeboten werden, hat sich der Umsatz verzehnfacht. Am höchsten ist er in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Und was haben die Produzenten davon? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.